Ich bin Janik König, ich bin 19 Jahre alt, mache Lehre als Automobilmechatroniker bei der Emil Frey in Münchenstein. Mir gefällt an dem Beruf, dass es eine grosse Abwechslung ist von Tag zu Tag. Am einen Tag arbeitet man an einem Ford, macht einen Service und am anderen Tag nimmt man bei einem Jaguar Motor auseinander. Die Abwechslung und die Bewegung brauche ich auf den Tag durch. Schwierigkeiten an diesem Lehrberuf sind, dass es durchaus sehr stressig werden kann. Man muss immer aufpassen, dass man nichts falsch macht, weil das gefährlich werden kann. Ich glaube, die Verantwortung ist schon etwas vom Schwierigsten, was man hier hat. Ich möchte dich bei uns bewerben, weil wir ein super Team in der Werkstatt sind. Durch den guten Zusammenhalt, den wir haben, macht es mir auch jeden Morgen Freude, um zu arbeiten. Emil Frey ist ein super Arbeitsgeber. Sie schauen gut zu dir und bilden dich super aus. Das war für mich auch wichtig. Darum habe ich mich auch hier beworben. Bis zum nächsten Mal im Mitnummer. Promete ich ein bisschen was, wie ich es für mich. Das war nicht wirklich. Also da ein wenigstens. Wenn ich mich da in der Grund, dass ich mich noch nicht closet, Ich bin ein bisschen oftisch. Vielen Dank.